Ihr wollt wissen, was in Knossis neuem Gaming-Slash-Streaming-PC so verbaut ist? Ich zeig's euch. Knossi hat sich bei uns einen Custom-Cooling-Gaming-PC in der White & Green Edition ausgesucht. Und zwar in der AMD-Version. Das bedeutet, dass das Herzstück dieses Systems der absolute Bolide von AMD ist, und zwar der 7950X. Das ist ein 16 Kerner mit einem Boost-Takt von bis zu 5,7 GHz. Für ordentlich FPS sorgt eine NVIDIA GeForce RTX 4080, und zwar von Inno 3D in der iChill Frostbite-Version. Das bedeutet, dass in diesem Fall schon ein Alpha-Cool-Kühler vormontiert ist. Als Arbeitsspeicher dienen uns zwei 16-Gigabett-Module von Corsair, und zwar ist das der Dominator Platinum RGB-Speicher. Für mich immer noch einer der schönsten Arbeitsspeicher, die es so gibt. Und zwar sind die mit 6200 MHz getaktet. In Knossis speziellen Anwendungsfall hat er das aufgerüstet auf 64 GB RAM, damit er auch drei Chrome-Tabs mehr offen haben kann, während er streamt. All diese Komponenten werden zu einem großen Ganzen verbunden durch das Mainboard. Und in diesem Fall ist das ein MSI MPG-X670E Carbon WiFi. Das Ding hat eine großartige Konnektivität und unterstützt die neuesten PCI Express 5 Standards für SSDs. Das alles ist verbaut in einem Corsair 5000D Airflow-Gehäuse. Und wie der Name schon sagt, ist dieses Gehäuse darauf ausgerichtet, optimalen Airflow zu bieten und damit unsere High-End-Komponenten ordentlich zu kühlen. Apropos Kühlung. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt und wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um ein Custom-Loop-System und zwar mit Hard-Tubes. Das heißt, dass jede Biegung individuell für diesen PC gebogen wurde. Wenn ihr genau wissen wollt, welche Komponenten in diesem System sind, dann schaut euch gerne unser Video zu dem Thema an. Für einen optimalen Kontakt zwischen dem Heatspreader der CPU und der Wärmeleitplatte des Kühlers sorgt übrigens wie in allen unseren Custom-Loop-Systemen ein Prio-Sheet von Thermal Grizzly. Als Hauptspeicher haben wir in dem System eine Corsair MP600 Pro XT mit 1TB Speichervolum. Und damit Knossi mit diesem High-End-System weiter High-End-Streams für euch abliefern kann, hat er sich dafür entschieden, noch zwei High-End-Capture-Cards mit einzubauen. Zum einen haben wir die Mageway Pro Capture Dual HDMI 4K Plus LT, damit Knossi seine Konsolenspiele in hervorragender 4K-Qualität und bis zu 144 FPS abnehmen kann. Zum anderen die Blackmagic Decklink Quad HDMI, damit er bis zu vier verschiedene Quellen in SD, HD oder 4K-Qualität aufzeichnet. Jetzt wisst ihr, was genau in Knossis neuen Gaming-PC drin ist. Wenn ihr auch Lust habt, euch einen Gaming-PC bei uns zu konfigurieren, dann findet ihr den Link dazu unten in der Beschreibung. Und wie findet ihr den Gaming-PC, den sich Knossi bei uns zusammengestellt hat? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.